15. Spieltag in der Oberliga Baden-Württemberg Ein recht herzliches Willkommen zur Pressekonferenz am 15. Spieltag in der Oberliga Baden-Württemberg in der Partie Sportclub Vohlendorf gegen den SV Spielberg. Endstand 2 zu 2 vor 260 Zuschauern in der Gebrüder Arena. Ein besonderer Willkommensgruß gilt dem Gästetrainer Herrn Hartmut Kaufmann sowie der Presse. Zuerst übergebe ich das Wort dem Gästetrainer und mit ihm zu seinem Statement. Schwierig, wenn man kurz vor Schluss 2 zu 1 führt und dann ein bisschen in der Nachspielzeit eigentlich in den Konter reinlauft, wo ich eigentlich permanent die ganze Woche darauf hingewiesen habe, wo sie sehr gefährlich sind, der SC Vohlendorf. Und genau in der Szene kriegen wir es nicht verhindert. A, den Eröffnungsball und B, dann den Torabschluss. Und das ist aus dem Grund jetzt für mich ein bisschen enttäuschend. Und alles andere. Er hat gerade eben zu mir gesagt, ich sehe nicht so glücklich aus. Ich muss jetzt gerade ein bisschen aufpassen, weil ich finde, diese gelbe Karte, wo heute wieder verteilt worden sind, ob das jetzt bei uns oder in Vohlendorf war, also naja, okay. Lassen wir es unkommentiert. Ich denke, man merkt, ich bin jetzt nicht ganz glücklich, weil ich sage es ganz ehrlich, ich habe hier zwei Punkte verloren. Ja, ich wäre gerne mit einem Dreier nach Hause gekommen. Es war kein einfaches Spiel für uns, weil der SC Vohlendorf in einer Situation steckt, die nicht ganz einfach ist. Und ich hätte mir gerne nach unserer Niederlage zu Hause eine andere Aufgabe gewünscht. Wenn du dann gegen eine Tabelleführer spielst oder einer, wo oben drin steht, dann spielst du einfach leichter und so kommst du hierher und Vohlendorf hat sich da jetzt voll reingehauen. Und wir haben, ja, erst derzeit unsere 1 gegen 1 Situation nicht hundertprozentig genützt. Und das müssen wir einfach machen. Wenn ich dreimal frei auf den Torwart zugehe, dann muss einer, einer muss sitzen. Und das ist ein bisschen das Enttäuschende. Aber trotzdem, nichtsdestotrotz, ja, von der Chance her, wenn ich jetzt ein bisschen runterfahre und das spielneutral sehe ich, denke mal, 2-2 ist ganz okay. Vielen Dank. Ja, Herr Kaufmann, vielen Dank für Ihre Worte. Patrick, dein Statement zum Spiel bitte. Ja, hallo erstmal von meiner Seite. Ich bin, ja, zum einen froh, dass ich die fast schon obligatorischen Glückwünsche an der Gästetrainer, dass wir die heute mal erspart bleiben. Äh, gleich wie der Kollege gesagt hat, dass er gewusst hat, was wir spielen wollen, wussten wir natürlich auch, dass Spielberg extrem stark ist bei Standardsituationen. Hat man dann auch gesehen, wir haben viele Vos gespielt, so sind viele Standardsituationen entstanden. So sind auch beide Tore dann für den Gegner zustande gekommen. Aber man muss heute auch mal sagen, Hut ab vor meiner Mannschaft, wie wir uns nach sechs Niederlagen in Folge gewährt haben, wie wir gekämpft haben, wie wir mit Leidenschaft gespielt haben. Das verdient, denke ich, einen Applaus. Zumal man, ich sag das ja gerne, Ungarn nach Niederlagen will, weil es dann immer eine Ausrede ist, aber zumal wir heute mit acht Spielern in der Startelf bekommen haben, die letztes an der Landesliga gespielt haben. Zumal auch natürlich mit dem Thomas Arnold ein sehr, sehr wichtiger Spieler fällt, und das hat man heute nicht so gesehen, weil heute die Jungs wirklich mit Leidenschaft gespielt haben, weil sie sich alles rausgeholt haben. Ja, wenn wir die Chancen sehen, sage ich, wenn wir durch den Patrick Scherer dann in Führung gehen, wenn er eine von den zwei Großchancen macht, dann wäre vielleicht noch mehr drin für uns, wobei man immer vorsichtig sein muss, wenn du dann in der 93-Stunden-Ausgleich erzielst. Dann musst du auch zufrieden sein mit dem Punkt. Und es fühlt sich für uns wie ein Sieg an. Dankeschön. Ja, Patrick, vielen Dank. Fragen von der Presse? Groß-Kleine Frage, aber kann man Aufklärung verschaffen bezüglich des 0 zu 1? Wer das so erzielt hat, oder was habt ihr das? Habt ihr das? Eigentor? Okay. Aufklärung zum 0 zu 1 war auch unser Schütze Mordex. Okay, danke, das wäre es. Ja, keine weiteren Fragen. Dann ist das heute wieder eine kurze Pressekonferenz. Aber ich möchte also noch etwas in die Länge ziehen, und zwar Sie, liebe Sponsoren, Freunde und Gönner des Sportclub Fullendorf, wie die vergangenen Tage per Mail schon erfahren haben, hier nochmal herzlich einladen. Morgen in einer Woche, Sonntag, den 16. November, laden wir Sie herzlich ein ins Kino nach Überlingen. Da haben wir einen großen Saal reserviert für unsere gesamten Spieler, Freunde, Sponsoren, wie gesagt, und möchten gemeinsam mit Ihnen nochmals etwas die Weltmeisterschaft im Brasilien Revue passieren lassen, die 90 Minuten filmen eine Mannschaft. 10.30 Uhr treffen wir uns im Kino zu einem Sektempfang oder einem kleinen Imbiss. Um 9.45 Uhr fahren wir hier ab. Anmelden können Sie sich gerne per Mail, wenn Sie das wünschen, unter sack.sc-fullendorf.de oder natürlich persönlich hier bei uns im Zelt. Dann wünsche ich Ihnen ein schönes Wochenende. Kommen Sie gut nach Hause. Und wir sehen uns heute in 14 Tagen wieder, am 22.11. Dann ist zu Gast SV Kickers Vorzeigen und Anpfiff ist um 14.30 Uhr. Herrn Kaufmann und seiner Mannschaft wünsche ich alles Gute für die weitere Saison, guten Heimweg und Ihren verletzten Spieler eine gute Genesung. Danke.